Den Aufstieg 2011 und Sie möchten sich bei Ihren Fans bedanken, hier ist Dynamo Trüster! Das war's für heute! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo den Ammo-Fans, hier kommt eure Monsamt! Geld! 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 Gratis! Ligao! 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 Hallo Dynamo-Fans! Hier ist eure Mannschaft! Wir blicken noch mal ein paar Wochen zurück. Wisst ihr noch, das Spiel in Rostock? Da war alles aus. Drei Niederlagen am Stück. Das Spiel in Babelsberg, die 86. Minute, der Ausgleich und alle dachten, jetzt ist es vorbei. Und dann kam alles anders! Am vorletzten Spieltag waren wir zum ersten Mal auf dem Relegationsplatz. Dienerholt! 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 Und seit gestern ist ganz Dresden schwarz-gelb! Und warum seid ihr heute hier? Dafür gibt es nur einen einzigen Grund! und es geht... ihr gib mir ein D~! Ein Y! Ein L! Ein L! Ein Anno! Ein M! Hallo! Und das heißt... Dynamo! 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 Eins weiß ich ganz genau, wir stellen heute hier einen neuen Rekord auf im Massensingen. Und jetzt will ich euch hören, denn hier kommt unsere Hymne! Wir fressen da in kurzer Zeit, wir verpassen nie ein Spiel, Fußball wird uns nie zu viel. Schon vor dem Stadiontor sind unser Riesenkorps. Dynamo! Dynamo! Wir stehen zu unserer Mannschaft, es ist noch klar. Wir sind ja zwölf gemein, auch uns kommt heute an. Wo's alle singen, mit uns schreien, zur drückenden Ball hinein. Wenn's weiß was geht, auf einmal nicht so weit. Wir fressen, wir sind ein Streu wie Gold. Wir werden sehen, dass keiner fehlt. Weil wieder jede Stimme zählt. Schon vor dem ersten Tor, sind unser Riesenkorps. Dynamo! Dynamo! Wir stehen zu unserer Mannschaft, es ist noch klar. Wir sind ja zwölf der Mann, auch uns kommt heute an. Und alle singen, mit uns schreien, zur drückenden Ball hinein. Und da steht eine Mauer, eine Mauer von einiger Mann. Sie ist gestorben, die Stimme lassen, sie tränen, sie schämen. Sie nehmen alle Karten, dass er aufgrund von uns ist.